Hallo Leute und willkommen zurück. Tja, wenn wir jetzt auf uns klicken, dann sehen wir, dass wir einen roten Fall zu den Altarianern haben. Das diplomatische Blatt hat sich nämlich gewendet. Die Torianer haben uns netterweise den Frieden angeboten. Und ja, jetzt haben wir uns auf die Altarianer gestürzt. Und die, ja, nicht mal zehnmal so viele Punkte haben wie wir. Und ja, hier haben wir jetzt losgeliecht. Es geht halt darum, dass wir die drei Aufstiegskristalle noch bekommen, weil die Zeit rennt. Die Gegner sind nämlich dabei, einen Technologiesieg zu erringen. Ja, jetzt sind es die Torianer, die führen. Okay. Beim letzten Mal, als ich geprüft hatte, waren es die Altarianer. Na gut. Auf jeden Fall geben wir jetzt hier unser Bestes. Wir brauchen 5000 Aufstiegspunkte. Aktuell bekommen wir 30 pro Runde. Immer pro Kristall zehn. Ja, die Foton-Tropel-Pedos wären gut, aber ich bin auch nicht zufrieden damit, dass wir nur zehn pro Kristall bekommen. Ja, die Foton-Tropel-Pedos wären gut, aber ich bin auch nicht zufrieden damit, dass wir nur zehn pro Kristall bekommen. Mehrere Abläufe und Regen, die Foton-Tropel-Pedos wären gut, dass wir nur zehn pro Severinnen und Zugriff hätten. So, Bewegungspunkte noch eins. Endlich, der muss Norden erwarten. Blaue Aufstiegspunkte Ah, da muss wir nur noch warten. Ok, Ah, da ist nicht so. Enttäusch-Tropel-Pedos ist der Gegend. Zwei Schiffe, alles an die Front. Ja, das muss uns jetzt keine Sorgen mehr bereiten, weil wir haben Frieden. Kein Tholium, tja. Deswegen können wir die Gebäude ja nicht bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Ja, das haben wir hier abgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das passt. Zum Kristall kommen wir auch. Ich habe zwei Bewegungspunkte. Da einen klappt es eh nicht. Also kann man hier ganz entspannt... Die Basisansätze... Militärring... Ah, das hier unten können wir alles nicht bauen, weil wir kein Tholium haben. Da kommt der Fangjäger. Ja. Ja. Und das war's. Schneller Kampf. Und zack. Oh, Raketen halt so Semmer. Fertig. Lebensraumverbesserung. Und das war's. Song. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig glücklich. Könnte man da noch was mit Zustimmung reinsetzen? So, da ist jetzt eine Raketenunterstützung fertig geworden. Sehr gut. Gehe vielleicht direkt nach oben. Na, oder auch. Mach mal das hier mal zum Treffpunkt. Neue Bewegungspunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das reicht auf jeden Fall auch zum Wandernkostal. Okay. 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 � Ja gut, die können wir auch noch mal upgraden, dann bekommen wir hier bis 30% auf 6. Dann machen wir das. Fertig. Moment mal. Ja. Was war das denn gerade? 1.104-Paketenangriff. Ja. Damit erklärt sich auch dieser Balken, ja. Kann man die auch irgendwo uns nicht schicken? Okay. Okay. Da ist ja der Raketenangriff nur im dreistelligen Bereich. Was ist denn da los? Wir haben keine Raketenverteidigung. Das ist natürlich hervorragend. Wir erreichen den, denke ich mal, auch durch unsere ganzen Beschäunigungsfelder. Okay. 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 Ja, wir haben nur ein Toil hier oben. Darum geht es gerade. Das denke ich hier an der Front schon besser eingesetzt. Ah, okay. Sie garantiert ja da oben. Zwei Reichweite. Kommen wir damit dorthin. Wenn ihr ungefähr mal auf die Trefferpunkte schaut, haben wir doppelt so viel. Wir haben halt keine Raketenabwehr. Und wir haben zumindest ein bisschen Laserabwehr. Wir haben viele Raketenabwehr, das ist das Entscheidende. Keine Bewegungspunkte mehr. Ja, okay. Die werden ja gut abgebremst. Die sollten eigentlich jetzt nicht an uns vorbeifliegen können. Da oben. Zwei. Ja. Dann machen wir es mal so. Und ja. Hier haben wir noch die vollen Bewegungspunkte über. Und da geht es um diese Basis wegzuhauen. Ach, wir müssen außenrum fliegen. Weil hier überall noch das schwarze Loch aus. Und durch die Antimatel kann man nicht. Okay. Nächste Runde. Und ihr folgt. Jo. Rate 1. Krass. Da ist ja noch nichts passiert. Und einfach keine Konstruktion. Ja gut, darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Auf die plus 3. Müssen wir mal zu Potte kommen. Die Hauptstadt abqueren. Ja gut, der hat 17 Bewegungspunkte. Und der ist gerade über das kleine Stückchen hergekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Von 17. Von 17. Haha. Jo. Das breitet auch keine Freude. Ja. Aber wir haben ja unseren Commander da. Okay. Die Hyper-Rellen können wir wieder aktivieren. Das geht dann zum Hyper-Gate 2. Das geht dann zum Hyper-Gate 2. Index. Und da ist der Weg. Die Hyper-Eunertabwehr. Die Hyper-Eunertabwehr. Die Hyper-Eunertabwehr. Alle anderen können wir mit der Hyper-Gate 2-6入ert. Und das sind auch keine Unfälle. Wir haben ja eigentlich alles dicht. Vielleicht waren das jetzt auch noch die letzten Flotten, die einfach nur hier waren, weil die Al-Terraner noch mit dem tyrannischen Widerstand im Krieg waren vorher. Und dann kommt der Nachschub halt von hier oben. Okay, so was kann man da jetzt noch machen? Kostet alles Tulium immer. Der kommt im Angriff. Gehörungsfunkte 9. Ja, der kann dann mal mitmachen. So. Oh, das konnte man eigentlich perfekt. Ja, unsere Raketenbomber gehen drauf. Okay. Ist das nicht schön? Ja. 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 Die Raketenbomber haben uns gute Dienste erwiesen. Aber jetzt ist Zeit für Träger. Ja. So. Wir haben bisher zwei Commander oder haben wir schon drei. Da oben haben wir einen. Da ist der Commander, der von rechts rüber geflogen ist. Gut, wir könnten jetzt auch Verwalter auswählen, dann könnten wir 25 Sternbasen bauen. Verwalter oder Commander? Verwalter. Verwalter. Ver elevator. Verwalter. Verweiler. Verwärter. 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 Das war's für heute. Ja, hier haben wir dann, dass wir 25% schneller sind, die Gegner 25% langsamer. Ja, kein Problem. Ja, okay, da hätten wir auch ein Befestigungsmodell bauen können. Gut, müssen wir warten, bis er wieder... Tollium haben. Sie sind alle mächtig stinkig. Zwei Tollium. Ne, okay. Das wollte ich jedenfalls zwei Tollium haben. Okay, ja dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Da war die Sache mit... Der Zufriedenheit, da sind wir nur bei 88%. So, ein weiterer Träger. So, ein weiterer Träger. 90 Runden. 90 Runden. 90 Runden ist sehr viel. Aber der hat doch beide am Wickel. Richtig? Jawohl. Na gut, da brauchen wir 500 Credits. B Celtisches. No. So, ein weiterer Träger. Das war aber nicht nett, Leute. Da müssen wir euch die Kavallerie auf den Hals schicken. Kalentulium. Kalentulium. Oh. Können wir noch den Träger wegräumen und dann war es das. Die Kavallerie. Die Kavallerie. Die Kavallerie. Die Kavallerie. Die Kavallerie. Das ist doch derjenige, den wir letztes Mal weggeschickt hatten. Also von unten hätten wir die beiden als Port. Aber jetzt haben wir auch schon den entsprechenden Support hier. Sieg ungeriss. Hoffentlich ist er hier ganz hinten. Das ist doch der Kavallerie. Naja, gut. Bessere Waffen. Turntorpedos. Also dann haben wir halt Raketenangriff 10 bei unseren Abfangjägern. Jetzt aktuell haben wir... Moment. Und... Hier, Phoenix. Raketenangriff 4. Also es geht immer von 4 auf 10 hoch. Da hat 5 Runden. Ja, gut. Müssen wir die Fütter eigentlich hier lassen. Aua. Das ist ein Album. Das ist ein Album. Das ist ein Album. Das ist ein Album. Das ist unsere Basis. Also gefühlt müsste das ja schon die gefährlichste Ecke sein. Das ist ein Album. Das ist ein Album. Das ist ein Album. Bis zum nächsten Mal. Der grain verteilt. Das ist ein Album. Das ist eine Album. ginsowernose. Das ist ein Album. Diener des Album. Das ist halt sehr teuer, so ein Scanner auf einer Sternenbasis jetzt gerade. Die sind schon wieder da? Gibt's doch nicht. Wir meinen Tullium? 1, 2, 3, naja, das mit der Verstärkung würde man den nicht erreichen. Das ist halt nicht der Nummer 4. Also, wir schicken jetzt noch mal weg. Aufklärer M0 hat Panzerreichweite 9. Was sieht denn aus wie ein Sensor-Schiff? Naja, nicht wirklich, aber... Aber ähmchen... Antrieb und... Ganz viele Sensor haben. Sensorreichweite 20. Noch ein Antrieb. Oh. Unerschrocken. Jawoll. Dann bauen wir hier mal einen Unerschrocken. Wenn der uns jetzt den Krieg erkennt würde, ne? Also, naja gut. Aber wir setzen ja jetzt eigentlich alles auf eine Karte. Und zwar den Sieg per Aufstieg. Da brauchen wir jetzt noch 87 Runden. Aber wir müssen uns hier noch verbessern. vor allem hier. Der hat ja zwei Kristalle. Aber das ist jetzt dann von von dort. Jo. Gut, Leute. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye-bye. Bye-bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal.